Hallo und herzlich willkommen zu Phantasia. Ein sehr, sehr, sehr verpacktes Modpack. Nein, das hat nur was mit deinem Short zu tun. Oh, das muss ich schon. Oh, warte mal. Warte mal. Was? 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 Es werden 10. So. Ähm. Okay. Es geht offiziell richtig los hier. Es ist ja mal. Ich hoffe, dass bei mir alles mitmacht, wie ich gerne möchte. Wir haben... Ich gebe mal kurz rüber eine Farm. Ne? Ganz kurz. Ich werde mal zeigen, weil ich nämlich gleich richtig beschäftigt werden will sein muss. Ich muss nämlich Minikios bauen ohne Händen. Bei uns hat sich schon ein bisschen was verändert. Die Dinger sind schon an. Die zeigen auch das mal, dass ich hier Strom habe, weil das nicht so voll hier wie der hier zum Beispiel. Der ist... Na, okay. Wir haben Strom weg raus. Wie bitte? Wie geht's ja? Ich habe Strom weg raus. Na egal. Wir haben da zumindest schon alles verkabelt. Wow. Ey, du saugst mich leer. Ey, das ist umgekehrt, ne? Ähm. Zumindest, wir haben hier unten schon das ganze volle Fangs fertig gebaut. Silio Girl muss erst mal gucken, dass wir wieder ein bisschen mit Energie hochkommen. Ja, wie soll ich denn das jetzt noch anlegen? Hier sehen wir zum Beispiel mal drüben die Essens-Farm abschalten. Die Gäste kriegst du auch noch Strom. Ja, dann machen wir mal. Warte. Hier ist ja schon Glas drin, ey. Welche Idiot hat denn hier Glas reingemacht? Wo? Da! Oder ich? Ich habe doch mal die Abkürzung genommen. Tja, nichts mehr mit Abkürzung. Und von dem her fliege ich wie eine Fliege gegen eine Scheibe. Ey Junge, ich habe schon zwei Pumpen im Nether stehen. Mh, musst du auch pushen. Wie viel noch? 10. Oder so? Egal. Wir machen erst mal hier das. Machen wir erst mal. Ich brauche ein Netzwerk. Ähm. Ich bin ganz klar. Ich brauche ein Netzwerk. Ich brauche ein Netzwerk. Wir machen erst mal hier. Ich brauche ein Netzwerk. Ich brauche ein Netzwerk. es wird auch geheim so müssen wir haben die farben so weit wieso steht jetzt hier herobrine? oh philip du gehst doch gerade auf den kranz so meine aufgabe ist es ich muss diese aufgaben so kann ich schon mal beauftragen so 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 das ist ein phloxhaugen ne? glowstone auch mal hier die brauchen wir aber nicht nur gerade um redstone herzustellen die brauchen wir nur für andere redstone sind? mhm bspw wenn der tart die machen muss immer so ausgehen und die öffnen wie ah wir haben noch was vergessen wir haben keine vergessen reichen fast 2.000 tarttagen vor? ne 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 Und jetzt? Ja. Ja, das ist so geil. Ich bin jetzt schon einiger. Ja. Ja, das ist ja sehr schön. Ja. 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 ich habe auch nicht mehr und später war das eine riesen Wettblatt noch mehr wieso kommt denn hier wieder, weiß nicht denn keine Ahnung wie zum Beispiel ein Ei ja das Ei habe ich gerade reingeschmissen ich kann nicht essen Haseee tu mal bitte eine Hau unten in diesen Bus für die Grüne komm wieder ja das dauert noch ein bisschen bis die komplett durchgehen hier die ganzen Haues weil die nämlich erstmal alles lagern müssen ich habe sie ein bisschen große für was du hast die Ender-Test schnelle Folge also Prost ummmmm und sie ist wieder Zitter ja du hast da unten in der Ecke ist für dich eine äh ne 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 Dura beim Ofen Ja toll, die kann ich nur die Tür raus holen. Ja jetzt hab ich meine Frage. Die gehen nur zu Tote. Meinst du den Engel? Ja. Nein. Nein. Komm schon. So, jetzt muss ich mal gucken, was man noch sagen möchte. Da möchte ich gerne auch eins wieder haben, was baut. Ich bitte es auch mal zu verzeihen, da bei mir halt alles verpackt ist. Da kommt ein Computer. Da kommt ein Computer. Da kommt ein Computer. Bis zum Gettner. Also wollt ihr euch die Welt zeigen? Ja. So, jetzt ist er der Meinung mehr an den Items nicht zeigen zu müssen. So, du hast schon mit 6 Strönern. Reichen die erstmal? Ne, wa? Ja. So, ich müsste aber erstmal weiter gucken. Das kommt dann später mit dem Fizz. Ne, mit dem Ding. Was haben wir denn noch so schön hier an? Lux haben wir. Das haben wir, das brauchen wir nicht. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Gut. Wir müssen mal ne Runde, ähm, gucken, ähm, dass wir bestimmte Seeds mal von der Liste streichen. Dass ich weiß, wen ich schon habe, welche. Ah, nun hast du deine Form ausgestattet. Ja. Ich nicht. Ah, die eine Form brauchen wir gerade nicht. Das ist ja so. Ähm, wir brauchen als nächstes, äh, das müssen wir. Kannst du mir mal, kannst du mal auf den Zettel schreiben oder so? Kannst du mir mal auf den Zettel schreiben oder so? Ja. Ach, Aua. Einfach nur, machst du Grundliste, einfach Seed und dann sage ich dir was. Ja, deine Sünde. Ach so. Ach so. Machst du oben einfach Seed und dann sage ich dir Bescheid was haben. Hm? Äh, Flux. Zerdos. Mikio. Ich hab mir die Tür geschrieben. M-I-N. Äh, Erde. Also, ja, obwohl du das heißt. Gold. Iron. Weather. Und Wasser. Gut. Das brauch ich dann später, wenn ich mal was wieder herstellen will. Ich hobs nicht um Coopersprop. Weißt du? Ja. Schäbeler Seed. So viele Seeds sind es nämlich gar nicht. Schäbeler Seeds. Das ist schon cool. Seeds die wir schon haben. Hahahaha. Lied kann es nicht so groß werden. Hm. Jetzt darf ich mich jetzt, ey, um was genauer machen oder irgendwie? Ja, mach was, mach was. Ich mach aber auch die von Monster, ne? Ja. Warte mal, eh. So, so. Enterium. Haben wir noch Enterium? Äh. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Full-Sighting? Herrgottverdammt. Ich glaub das wird nicht... Full-Sighting hast du doch in die Kisse gehauen. Ich mein jetzt, eh, für sie jetzt soweit, ob wir alles haben für die Full-Sightings. Und da fehlt mir gerade das Menegio. Das muss ich erst noch sagen. Dann kann ich nicht mehr machen. Nein, das ist Menegio. Ich baut dafür, dass sich Menegio, äh, Silikio. Das haben wir nicht mehr. So. So. Ach Mensch, wo ist denn das jetzt, äh? So. 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 Genau. Kannst du mir bei Gelerlenheit mal was in den Tinker schmeißen? nice Wow, wir sind schon fast bei 20 Minuten und ich hab noch nichts erreicht. Ah Gott, nee. Also, ich brauch das für Entehrung. Nur dass ich mal weiß. Ja, was du brauchst dafür ist Resonant Ender als Enderperlen, Tiny, Tin und Silver. Äh, ja, ähm, gleich. Yellow Weepin. Boah, ich krieg denen so viel. Ich hab jetzt grad was gefunden, was man eigentlich gebrauchen könnte. Ich kann's grad nicht machen. Was war denn das jetzt, äh? Oh, ich kriege das jetzt. Ich kriege die nicht mehr. Ich kriege das jetzt, äh. Ich kriege das jetzt. Ich kriege das jetzt. Ja, ich brauche Kirsten. Warum Enderion Base? Wenn ich Enderium herstellen will, brauchst du Enderium Base. Nein, du kannst das gleich direkt in die Tiers schmeißen. Das Enderium Base kannst du dir da mal so herstellen. Das Enderium Base kannst du dir da mal so herstellen? Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Wenn ich guck sogar noch mal so was weiter. Okay. So. Also Lied und die Lohjungen anzumachen. Das ist einfach. Das ist einfach. Och Gott, leck mich doch. Nö. Ach doch. Oh, was schäme. So. So, warte mal. Jetzt ja. Jetzt krieg ich aber einen Halt, Alter. Das kommt. Komm mal ganz weg da, ne? So, das hab ich schon mal. Äh, Klaus und haben wir schon. Quartz haben wir schon. Kognitiv. Klaus und haben wir auch schon. Ähm. Klaus und haben wir auch schon. Ähm. Kognitiv. Iron. Brauchst du das? What? Kondaktiv. Iron. Ne, das brauchen wir nicht. Okay. Das ist für die übrigen Energie-Dinger. Vibrant. Alloy. Habe ich. 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 Habe ich, ich habe. Kannst du mir mal zwei Lavabacken? So, ich bin nicht zur Ahnung... Ich komme aber auch nicht dazu, irgendwas für mich zu machen. So. so oh ja auf einem gleich Dann muss ich mit den Lachsen reden. Vielleicht? Nein, da haben wir gerade alle noch. Den die Ethik erläutern. Das könnte man nur gebrauchen. Das ist ja die Vorstufe vom Vibrant. Wieso Vibrant-Vorstufe, wenn du schon Vibrant haben kannst? Nein, nicht Vibrant. Ja, das andere. Er hat doch Vibrant. Und dann müssen wir da noch mal was herstellen. Lumium haben wir noch nicht, ne? Ne, ne? Das ist die Wurme von. Julio ist da auch im... Den habe ich. Den hat mir schon. Die Lohimabe schon ... Latinum haben wir den? Ja, aber der da. So, Tratino. Daher haben wir einen. Ammer. Hohlzeit die Schrauber, die Nickelback-Hammer auch, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dass der Cowboy-Right keiner auf den Sack gibt, Barber-Hammer, Schieb, 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 Er ist jetzt hingegen, dass Sackdagen gemacht hat? Zunmry? Haben wir das noch? Nein. Also! Ein paar Sachen habe ich noch. Es ist das von Scheiß, aber ich weiß nicht, dass es so gut ist, dass es so gut ist. Never. Ja. Ist denn das für ein Scheißstolz? Warte mal. Sieht die Nallo. Haben wir auch noch, oder? Hm. Ist das? Nein. Haben wir nicht. Haben wir auch noch. Rotatü. Die Nallo. So. Oh. Ich halte, wie es langsam schon mehr sieht im Inventar, als was wir hier brauchen. Oder Platz haben. Aber egal. Ist nicht so schlimm. Komm, ruhig kurz. Der Diamond. Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Der Slime ist hängengeblieben. Kobalt. Figma Senior. Kobalt Hux. So, schicken wir gleich mal auf. Ne. Ja stimmt, da war jemand sehr sehr vorsichtig. Was essen? Ne. Komm du kacko, scheiß mehr mal Ei. Komm ich mach Ei. Ich brauche ein Ei. Ich brauche ein Ei. Brauche ein Ei. Komm ich brauche ein Ei. Nein. Na, wo wäre? Na, ok. Wir legen öfters mal Eier rum, wir werden schon eine Eikräschen. Wir brauchen vielleicht noch drei. Aber egal. Hier. Ah, ok. Wie in Schangl oder wie? Oder weiß ich. Äh, ja. Es sind die besten Spieler mal. Ich will gegen den Federn, ich will Eier. Ist nicht wahr ey, da willst du einmal so ein Scheißei von so einem Kackhuhn und du riechst Keynes. Brauchst du nicht, da wirst du zugeschissen davon. Oh, ich hab ein Feuer bekommen mit Feuer ist weg. Oh Gott. Okay, da würde ich einfach mal sagen jetzt, wir beenden die Verzweifel für die Suche nach eiern an dieser Stelle und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Oh, danke. Ja, anders kriegst du das vier nicht tot. Okay. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Und sehen uns in der nächsten Folge? Ja, ich weiß nicht, weil ich da wollte. Ja, wohl. Minecraft fahrt, da, 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 da. Wo bist du denn? Haha. In time out. Ja, ich wollte ihn ja gerade. Ja. Damit hat es mir jetzt gerade auch offiziell gerade meine Aufnahme zerflossen. Egal, wir sehen uns in der nächsten Folge und ciao. 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 Ciao.